Die Helly Hansen Sommerkollektion für 2016 ist eine Vermischung zwischen Funktionalität und Style, was man in verschiedenen Ebenen sehen kann. Natürlich gibt es auch einmal die Hardcore Segelkollektion, das ist die Egelkollektion. Damit werden zum Beispiel auch die Seglerinnen des Volvo Ocean Races ausgestattet. Darüber hinaus gibt es auch eher technischere Sachen, wie zum Beispiel diese Jacke hier. Die hat zum Beispiel eine Primerlauf-Fütterung für besseren Wärmerückhalt, aber auch gleichzeitig die Atmungsaktivität. Ein sehr großes Thema sind zum Beispiel maritime Motive. Hier haben wir einen einfachen Blockstreifen, schön kombiniert mit roten Farben für die Herren, etwas klassischer, aber dennoch stylisch zugleich. Während bei den Frauen Detaillösungen kombiniert werden mit schlichtem Design, aber auch eben den Streifen. Darüber hinaus wird es halt auch etwas lässiger sein. Dafür gibt es halt schöne kleine Details, wie zum Beispiel dann farbige Prints, die diese Kollektion halt eben etwas abstufen von herkömmlichen Sachen. Und da sieht man auch eben, dass Helly Hansen viel mehr ist als nur Segeln, sondern eben auch urban ist. Und dieser urbane Lifestyle wird eben durch diese Sommer 16 Kollektion geprägt. Und zum Beispiel gibt es dann hier, wie man zum Beispiel an diesem Poloshirt sieht, maritime Ankermotive oder eben auch Streifen-T-Shirts und auch Streifenjacken, dementsprechend die zum Beispiel hier am Sonnenuntergang orientiert sind und zum Beispiel kleine Taschen sorgen halt für Hingucker. Genauso eben wie dieses T-Shirt aus der Urban Rainwear Kollektion. Genau, also alles im Großen und Ganzen ist es sehr abgestimmt. Von Hardcore Sailing über eine Urban Rainwear Kollektion bis hin zum Modernes. Für die Stadt ist da bei Helly Hansen für Sommer 16 einiges dabei.